Und damit mal wieder herzlich willkommen, meine Freunde, bei einem weiteren Ranked hier in Forz. Ich hoffe, bei euch geht es gut da draußen. Ich hoffe, ihr kommt weiterhin gut, gesund und erfolgreich durchs Jahr. Ja, das Ranked hier ist so ein bisschen, sagen wir mal, unter Extrembedingungen aufgenommen, denn ich bin jetzt schon seit 30 irgendwas, also über 30 Stunden wach, keine Sorgefreunde, ist alles gut. Mein Schlagwortmus war nur so im Eimer und ich muss, also weil ich krank war und dann will ich nicht arbeiten, dann schlägt man tagsüber und dann ist alles weg und irgendwann sitzt du da irgendwie um 4 Uhr morgens oder wird und muss aber schon um 6 Uhr auf der Arbeit sein, bringt also nichts nochmal einzupennen. Also durchmachen. Und ich wollte mal gucken, wie man denn so performt hier im Ranked, wenn man so ein bisschen verklatscht ist. Also ich merke das natürlich selber auch. Die Konsumtion ist echt schwächer. Und wir gucken mal, was das Ganze wird. Wenn euch das Video gefallen sollte, gerne leiten normalieren, nicht vergessen. Kostet nichts, tut nicht weh und wird eine Menge helfen. Und wir sehen, dass der Gegner auch Backtubins macht. Das muss nicht schlecht sein. Der Teil ist, der ist schon mal wach. Aber ob der wacher ist als wir, wissen wir noch nicht. Könnte sein, liegt nahe, aber wir schauen noch. So, Kugeln. Ne, man kann sie lieben, man kann sie hassen. Ich finde es einfach nur okay im Durchschnitt. Also ich schätze an der Map ist, dass die Matches eigentlich meistens länger dauern irgendwie. Ich kann gar nicht sagen, woran das genau liegt. Vielleicht, dass man so viel in den Plätzen kann oder so. Ich kann es euch nicht sagen, aber gefühlt dauern die Matches einfach ein bisschen länger. Hatte gesehen, ich habe gerade die Tag 1 abgebaut. Ich kann nicht mehr sagen, warum. Es ist einfach entsetzlich hier. Und wir versuchen jetzt hier mal noch so einen kleinen. Wollah. Komm. Jawohl. Es ist doch wie Fahrradfahren. Zack, zack, zack. Und zack. So, meine Mine dahin. Da läuft auch wieder wie geschnitten Brot, oder? Schauen wir mal hier die Disability Deck. Ob die hier irgendwie rein geht. Naja, das war jetzt so semi. Ähm. Also ich werde gleich auf jeden Fall schlafen gehen, aber das Video wird wahrscheinlich am gleichen Tag noch online kommen. Deswegen heute Abend gerne vorbeischauen. Live auf Twitch geht es weiter mit der Forz Action. Link in der Beschreibung. Twitch.tv slash Goldwimmer live. Da gibt es, äh, wie jeden Donnerstag, Forz Action, meine Freunde, ne? Frostenlos, umgeschnitten, unzensiert, ne? Schaut vorbei. Ich würde mich freuen auf euch. So. Jetzt müssen wir mal den Plasma. Jetzt steht schon mal, äh, die Miene schon mal hier protekten. Okay, irgendwie will er da die Freelong nicht reinziehen. Ich weiß nicht warum. Oh, er hat so einen kleinen Schubschild da gebaut, okay. So, äh, Schild unten bei den Miene, ne? Auch damit gar keine Bastor reinziehen kann und sie Waffen wegnimmt. Ist mir da unangenehmerweise schon öfters dieses Jahr passiert. Tut weh. Er zögert das Spiel, ne? Das unausweichliche Ende des Gegners, die Niederlage, wird hinausgezögert. Da werde ich sehr allergisch, ne? Vor allen Dingen, äh, wenn ich schlafen möchte. Eigentlich. Aber auf einer Seite ist es auch gerade ein Experiment einfach, um zu gucken, wie fühlt man anders vielleicht, wenn man müde ist, ne? Bis jetzt wäre ich noch nicht so den großen Unterschied. Wir haben ausreden, die Tag 1 verkauft. Okay, passiert, ne? Ansonsten merke ich noch nicht viel. Mal gucken, mal gucken. Ich meine, noch haben wir auch keine... Uua! Ich merke noch nicht viel, Mama. Noch habe ich nicht so viel Frischer vom Gegner. So, wir brauchen auch noch nichts fürchten, so, das spielt natürlich auch noch mit rein. Ich habe hier noch eine Waffenschadde für den Laser. Und dann lädt mir einen Sniper da oben drauf. Zack, zack. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Defense hier bekommen, ey. Jetzt haben wir gleich ein ganz großes Problem. Wir sind Geizer, das heißt der Gegner sollte ja nicht viel schneller sein als wir mit den Waffen. Aber irgendwas brauchen wir natürlich trotzdem, ne. Wir können jetzt hier nicht ohne alles auftauchen, sag ich mal. Au. Jetzt geht das nicht, Rüdiger. Ja, ich glaube, für den First Street sollte das eigentlich reichen, oder? Was auch immer der da baut, ey. Ah, sieht das nicht allzu gefährlich aus. So. So. Können wir jetzt mal nichts raussnipern. Wir warten mal, bis er seine, der das Vordergrund holzt, aber seine Waffen wegschießt, oder? Dann halten wir da mal rein. Wenn nicht, dann müssen wir da jetzt schon irgendwie woanders reinhalten, das ist so lange dauert. Dann baut es nicht ab, okay, älgerlich. Dann halten wir woanders mal rein. Nein. Jetzt ist das gleich gelöscht. No. Jetzt hat das, naja, wenn die abgebaut. Jetzt hat das abgebaut. Okay, dann können wir ab, ey. Na, so schlecht geschossen, ey. Wir brauchen mehr Wind, wenn wir gleich noch ein Plasma speisen wollen, ne. Paisen, aber einfach. Der Plasma ist ein kleines Kind und es hat Hunger. Der muss, der muss gespeist werden. Der muss, der muss nicht mehr werden können. So. Boah, ja, nur plus 203, ist immer noch nicht so viel, ey. Es reicht ja never, um das in den Bums ja zu schießen. Was ist ja der Gegner eigentlich? Warum schießt der nicht? Ich meine entweder der Cannon, oder den Hau, von der Größe der Boxen her, weil der schießt nicht was ein scam was ein scam das glaube ich heißt okay mach die oberen aus hatte die mini jetzt durch das loch geholt ernst das darf jetzt nicht wahr sein also man vorläufig bis jetzt lassen sie nicht unterkriegen wie eine nachbläst und economy nicht so behind sind ja da müssen wir den jetzt irgendwie ein bisschen beschäftigen mit dem lesern müssen jetzt einfach auf seine türen gehen dass du die mal reparieren muss oder auch seine economy mal gucken einfach dass er nicht so krass schießen kann sich nicht so krass aufbauen kann so ging es einfach mal auf die waffen wie gesagt wir halten immer beschäftigt den guten das vordergrund holz raus was macht da wie reagiert er darauf machte mir nicht so viel ich muss erfolgreich rausgekehrt stehen würde mich ärgern an der stelle und wir gehen mal hier nach oben muss man später sowieso machen wenn er irgendwie auch rockets oder 2 oder englisch gilt muss man eher hoch soll jetzt noch mal zeigt oder passen wir das gut eingeben genau die türen das ist die tür fertig geworden genau das darf doch nicht wahr sein wollen wir selber mal die rote tech das vergleich auf 2 gehen können wir denken langfristig meine freundinnen wir sind ja hier auch den den langfristigen sieg aus dann schild in den rinne können wir nicht wegnehmen dann gehen wir weiter auf die türen durch sein als bauter dann ganz schön lachs sind also das bauter dann noch mehr türen aber wir halten noch mal rein weil das verzieht sich dann alles nach unten und dann das nachbauen wird richtig unangenehm jetzt haben wir vergessen vorher danach zu die türen reinzumachen scheiße geht dann machen wir zwar nicht mit stahl weil er eben auch gerne mit holz die fans und lassen die hinterbauen dann sparen wir wissen ressourcen können die anlass einsetzen zum beispiel hier oben ein bisschen exploren eine mine zum beispiel rein einfach das ein bisschen vorwärts kommen hier aber eigentlich ist unnötig bei der wäne hätte einfach die vierte und reinsetzen können egal er hat sieben minu oder so eine das macht gemacht wir können halt schon aufhalten damit wir dem die ganze türen rausschießen aber long term schwieriger hase das ist im moment noch besser so machen können ohne die folge da brauchen wir da gar nicht in den wurstern reinschießen türen hat er den junge hey das gibt es doch gar nicht wie kann ich bin durch das ein wie das gelaufen ist das war jetzt wirklich das war das sind illegaler winkel jetzt ist mir den plasma nachbauen das ist teuer teuer ist natürlich ärgerlich auch wenn wir auch erst gleich kommt jetzt was wir die plasmakombo herausbekommen jetzt geht auf kern das kann auch ich machen da kommt damit zwei können es nicht so weit geht protecten immer das stimme ein bisschen kostet ja nix bisschen holz haben wir brauchen eine andere streck irgendwie auf die türen bringt halt überhaupt nichts jetzt hier auch nach oben da verbunden sehe ich das auch nicht so geil ich war mir unsicher ob ich gerade oben bei ihm launcher gesehen habe und zwar bin ich mir sehr unsicher gerade ja doch das sehe jetzt habe ich ihn gesehen gerade einmal kurz der schießt den wurstchen rein das ist gut gut uns halt nicht kann man gerne mit weitermachen okay dann brauchen wir schon ein paar kann hier oben rein türen für großverdiener die müssen sein nachdenken 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 mein gehirn ist so langsam es ist so langsam das ist glaube ich zu schräg da kann man kann da reinsetzen das ist zu schräg gebaut überlegen das hat er da selber um zwei sachen aus nein wenn wir das sind nicht einfach es ist ich gehe hier nicht einfach wegschnippen warum stellen wir uns so dämlich an meine bauter gar keine gar keine defense so ein schild wir sind aber auch nur swarms wo er geht da oben so jetzt schon mal raus da oben jetzt kommt der panic will von ihm ja ich treffe nicht mal jesus er muss raus sein gar nicht knapp wir sind rausgegangen und sich das was wir wollen am ende des tages mit flotten mitteln ist auch nicht das ob sie wollen am ende des tages wasser ist ob es ist okay wir müssen überlegen was wir machen ich habe vergessen zu ziehen jetzt kommt es kommt alles noch nur ein armer kurz was kommt denn da jetzt und da gar nix da oben ist da oben ist eine warte bis oder der kann da eben noch bläßen vielleicht die bis von ihm rausnehmen und da ist aus hintergrund machen da oben das können wir schießen es ist ja entsetzlich alles auf einmal hier jetzt kommt da auch noch mit solchen shenanigans wir wollen so da muss die büste raus die büste raus gut genau sind auch gerne gehen müssen die aus aber die müssten halt raus habe ich doch gehört dass da raus gegen hintergrund holz das mal kommen wir ein bisschen beschäftigt halten gute schussabwehr war natürlich gewollt meine freundin genau wie das ja gerne und das war ja alles einkalkuliert eine solche rechengenies wenn wir mal da oben drauf was suchen mal die eher die dinger von ihm frei zu ballern jetzt wird dann ein zweiter einhalten können da liegt leider nicht so wie gewollt egal wir werden vergangen heraus beschäftigt halten ihr wisst es meine freunde so zweiter launcher hier rein auch auf der absoluten prämie position genau da muss und muss und ding stehen wasser selbst hier dran so wir versuchen es einfach mal darauf auf die kennenz und gucken ob er die abwehren kann wir schneiden können wir abschneiden ja 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 warum ist da nicht mehr passiert warum ist alles aus hintergrund holz warum ist alles aus hintergrund holz was ist jetzt passiert ich kann gar nicht mehr warum ist alles aus hintergrund hat jemand warum ist da was ist da passiert wir waren noch mal freunde nein der falsche laser und es macht schon ökonomischen schaden und das schild ist halt auch aus ja aber treffen zeit nicht steht es halt aus von ihm das muss ich mir merken wenn die nüge einschlägen es ist hintergrund scheiße das ist so schlecht für die protection man ist gar nicht gut so jetzt der launcher schießt nicht so an sie eben rausgeblockt oh ja baby so ist das schild ausgegangen feuer plasma rein ja man so spielen so spielt man das ganz einfach so jetzt einfach jetzt noch noch den druck oben halten ressourcen sind da energy ist da wir haben doch alles in der hand wir haben alles in der hand warum kann er nicht schießen ach der hat wahrscheinlich alles aus hintergrund gemacht als ich den gepläst habe ach so der wollte an meinen kern vorbeischießen sei irre wenn da eine swarm rein rein hat mich da bin ich da bin ich ja bed warum kommt die da vorne egal ob man das war ja ein geschenk freunde an dieser stelle ich werde jetzt schlafen gehen ich wünsche euch das das allerbeste wir sehen uns ja heute abend im stream wieder wenn ihr dabei seid kommt vorbei ist unverbindlich passt so lange doch er braucht mein setup auf ich bin jetzt weg und bleibt gesund bleibt fit und bis zum nächsten mal meine freunde ciao 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 ciao